Du nicht, nee. So, einen wunderschönen guten Tag. Moin, moin zusammen. Heißt, wenn man das gehört hat, warum er gesagt hat, ich nicht, er schwitzt nicht, er schwitzt doch. So, bei uns ist die Sabine, die hat mitgemacht bei unserer tollen Kuchenaktion und sie hat dieses traumhafte Werk mitgebracht. Sabine, erzähl uns, was das Tolles ist. Eine Friesentorte. Eine, das ist die berühmte, das ist das Geheimnis. Aber ohne Rosin. Aber ohne, die berühmte, im Internet angekündigte Friesentorte. So, was ist, wir müssen das jetzt heilig zelebrieren, was ist da alles Schöne drin? Kirschen, Mandeln und Sahne, viel Sahne. Richtig so, ja. Sehr gesund. Geil, ja. Das ist auch eine gesunde Milch. Genau, das kommt auch schön aus gesunden Ostfee. Rauderfener Kühen bestimmt, oder in unseren Gedanken auf jeden Fall. So, ein Traum. Wir freuen uns sehr darüber, vielen Dank dafür. Gerne. Und viel Spaß nach dem Schuhe auszutreten. Danke schön. Alles klar. Bis dann, ciao. Danke, ciao. Tschüss. Danke, ciao.